Und dann steht da der Osterhase-Woller-Type. Was willst du denn hier? Weißt du doch, Ostereier verstecken. Heute ist doch Ostern. Ui. Sagt der Osterhase. Das Kind ist glücklich. Und sagt, schön, dass du da bist. Wollen wir was Besonderes machen? Jetzt ist es mir zu langweilig. Oh. Der Osterhase ist jetzt hier langweilig. Oh je. Ich habe überall Häuser versteckt. Ostereier versteckt? Ostereier habe ich versteckt. Ich dachte schon, Häuser versteckt. Das ist aber schwierig. Ich bin ein Störker. Ich kann alle Häuser heben, sogar die Städte. Was? Ich kann, aber die Leute müssen leider in den Häusern raus. Stehen. Sonst sind sie zu schwer, ne? Ja. Willst du mal sehen, wie ich dein Haus hebe? Ja, zeig mal. Komm doch schon. Das Haus ist schon hier. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Kling, kling, kling. Ist niemand da? Sagt das Mädchen. Oma, ich weiß nicht, der Osterhase. Ist niemand da? Schläft hier alle anderen noch? Oh ja. Ein bisschen schlafen müssen. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Ich bin der Osterhase. Lutz, warum kommst du nicht? Oh, das ist der Kling. Und wie geht es weiter? Ich creme mich mal an mit Sonnencreme. Oh, was ist das? Was ist das? Was für ein dummes Gehege. Das ist kein Gehege, sagt der Osterhase. Was ist das denn dann? Das ist doch eine Höhle, eine Spielzerkhöhle. Ach so. Wo man Bären spielen kann. Wo man was spielen kann? Bären spielen. Bären. Kommen sie auf ihre Höhle. Äh, was ist das für ein Ding? Weißt du doch, hab ich doch gesagt. Das ist ein bisschen der schöne Sonne. Und da? Lieb wohl, jetzt muss ich wieder gehen. Das nächste ist ja auch wiedersehen. Ich muss nach anderen Häuser verteilen. Bin ich in Kolumbien. Und in Trebro muss ich. Und in Deutschland. Muss ich alle noch dekorieren. Die Leute haben mich alle vergessen. Echt? Ja, wir sind alle eingeschlafen. Das erste Mal, als sie gerade anfangen wollten, waren sie auf dem Boden und schlafen. Boah. Ist das Buch vorbei? Nein. Das Mädchen will mal die Brücke ausprobieren. Wann schon wackelig findet sie es. Ja. Hey, kennt ihr eine Spielzeugbrücke? Ihr habt bestimmt schon mal auf dem Spielplatz meine Brücke hängen. Ja, wie wir heute. Heute? Wart ihr? Ja. Na, was habt ihr da als Schönes gemacht? Wir haben vor Stecken gespielt. Oh, das will ich auch mal probieren. Aber wie geht das? Mit Jakari haben wir gespielt. Jakari? Wer ist das? Ein kleiner Indianer. Und was ist ein Indianer? Ach, Felschkopf. Das war sie. Ach so. Ein Indianer ist, er manchmal Tiere jegt und schießt. Er hat Pfeilbogen. Ah. Und was ist ein Pfeilbogen? Pfeilbogen ist so ein Holzding und so ein Gummihatz. Und da kann man die Pfeile so dranhängen und abschießen. Und was machen die Pfeile dann? Sie erschießen dann, wen sie schießen wollen. Richtig. Dann machen sie es. Hey, kennt ihr auch die liebe Sonne? Sie scheint immer, wenn die Blumen wackeln. Aber das einzige Schlechte daran ist, dass die Blumen mal nicht mal sterben, wenn man sie nicht biegt. Das stimmt. Hey, kennt ihr auch wieder die liebe Sonne? Na, sie scheint immer, wenn die Blumen wachsen wollen, dann kommen die Sonnenstrahlen, schmeißen die Blumen ganz hoch. Dann wachsen die. Oh, warte ich mal. Dann macht die Sonne die Prinzessin wach. Sie scheint dann in ihr Fenster und sie wacht auf und zieht sich an. Zuletzt die Krone auf den Kopf. Das ist auch eine praktische Sonne. Hey, die wachsen schon bei euch. Die Blumen, das ist ja alles voller Blumen. Die wachsen wirklich. Wow, sie sind ganz schön hoch geworden. Das stimmt. Dann wird sie sicher bald umfallen. Hä? Ohne Sonne? Die haben die Blumen ja doch. Das stimmt. Hey. Das ist ein dickes Ei. Könnt ihr die Ostereier? Die habe ich zum Osterhausen gekommen. Schöne sie euch an. Ganz schön bunt. Tschüss. Bis bald. Bis nächstes Jahr. Tschüss.